daumenkilo was ich da selber gemacht habe und wie man sieht habe ich schon hier abgespielt quasi Silvesterrakete die startet und zum Schluss steht endet da und ja und das wollte ich euch eigentlich nur zeigen das ist hier ein kleines Video nur mal noch ein Video zu machen und dann habe ich noch eins das ist das hier eine Bombe hier und da ein Würfel und dann sieht man es nicht so gut und dann fällt der Ende runter ja und das sind meine beiden Bücher also Bücher eine Animation kann man auch sagen ist aber nicht wirklich eine Animation und ja es ist ein Video das ich gemacht habe und das ist also es nicht gemacht habe sondern mache und ich wollte ja eigentlich damit nur mal ein paar Dinge austesten ich arbeite mittlerweile gerade noch an zwei weiteren Videos das eine Video ist schon also könnte ich hochladen bloß das ist eine halbe Stunde lang hier könnt ihr jetzt mal abstimmen oder halt nicht weil ich nicht genau weiß ob ich das schon kann das werdet ihr dann ja sehen also hier könntet ihr eventuell gleich abstimmen ob ich das Video als halbe Stunde hochladen soll oder nur ob ich ob ihr es jetzt haben wollt dafür halt aber eine halbe Stunde lang oder ob ich es in drei zehn Minuten Parts einteilen soll und dafür halt später hochlade und dann arbeite ich noch an einem zweiten Video wie gesagt ähm da arbeite ich also das zweite Video das ist am Computer und ähm und da habe ich so eine Animation gemacht also mache ich noch mit dem Programm Blender das ist ein cooles äh Programm würde ich euch auch empfehlen und ja das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video ähm wollt ihr euch nur nochmal informieren und euch meine beiden ähm Daumenkino zeigen das eine ist eine Rakete und das andere ist eine Bombe wie gesagt die habe ich schon länger gemacht also vor einer relativ langen Zeit die wollt ihr euch nochmal zeigen und ja ciao jetzt